Hier, das ist das Reisdorf im Mond. Hier eine ganz tolle Küche, super tolle Karte, kann man schön essen. Man hat hier vorne einen Blick auf den Dom. Traumhaft schön. Sollte man sich auf jeden Fall einen Tisch reservieren, auch wenn man hier nicht wohnt. Es ist ganz toll das Ambiente hier.